Ja, herzlich willkommen, herzlich willkommen zu einem Amoknet Pre-Release-Bag-Opening Ja, wir haben schon einige aufgemacht, ich schau, dass ich das jetzt irgendwie aufbringe Ich hab schon vorher Probleme gehabt, so, da rein Sind ganz nette Bags Ja, Pre-Release-Bags gibt's ja noch nicht ewig Wann hat denn das angefangen? Ich glaub bei Ding, oder? Bei Skies of Mirrodin Dass es so eigene Pags gibt, da hat man die Fraktion wählen können, je nachdem was man kriegt Dann hat es verschiedene Booster gegeben, entweder Äh, nicht Skies of Mirrodin, aber World Skies of Mirrodin was glaub ich, ja Oder was Mirrodin besiegt, das waren die zwei Da hat es dann eigene Karten gegeben, und davor hat es Früher hat es noch Turnierpackungen gegeben, und wir machen das einmal auf Da hat man beim Pre-Release eine Turnierpackung gekriegt Ja, wir kennen ja das meiste schon als ein Pre-Release, wir machen das wieder so auf Da haben wir das meiste schon gesehen, wir holen als erstes einmal die Promo raus Nein, die machen wir als letztes, Promo machen wir als letztes Wir fangen mit den 6 Boostern an, damit wir ein bisschen Abwechslung drin haben So, wir versuchen es wieder schnell zu machen, vielleicht schaffen wir das wieder unter 10 Minuten oder 5 Minuten wieder So, die erste So Die erste Ankommen Zweite Ankommen, das ist eine mit den Siegelsteinen, kann sein Die dritte Ankommen, und die höher ist ein Schluchten-Tümpel Das sind die Umwandleränder, die neuen, und das ist das zweite an, aber eins habe ich im Preispuster gehabt Keine Fäule So, wir machen beim nächsten weiter Ein Mütigreiser Ziel In meinem Pre-Release Pack habe ich drei Mütigreis drin gehabt Schaut euch das wieder an, vom Pre-Release Pack Also von meinem Pre-Release und hier So, das sind die, die kann man sich da weg tun Ja, eine grün-schwarze Karte Grün-schwarze Karten mag immer, wenn der kommt, leg eine Sensor auf einer Kreatur, deiner Wahl, die du kontrollierst, immer wenn der Käfer angreift, entferne 1x1 von einer Kreatur, deiner Wahl, die du kontrollierst, und leg eine Mütigreis Auf einer Kreatur, deiner Wahl, die den verteidigen und den Spieler kontrolliert, ziemlich cool So, dann haben wir das Auch cool Und dann da Und Habe ich auch ein Gedankensensor, das war die Pre-Release-Promo aus dem ersten Pack, was ich oft gezeigt habe, schaut es euch an Und ein Sumpf Voller Sumpf, und dann noch ein Token Ja, dritter Booster Habe ich gedacht, ich besorge mir da so Pre-Release-Packs noch Wenn es noch ein paar gegeben hat, und Macht eben auf Es ist erstens ganz lustig, und es gibt coole Kurze Videos, und es gibt sie nicht alle Tage, also So, die Rear Uh, Ronas Der unbezwingbare, unsere Mütigrear hier Sehr toll, dass wir Mütiger drin haben Unser Steuerbar kostet 3 Kann ich da angreifen Es sei denn, du konflöse eine andere Kreatur mit Shacky 4 oder mehr Ja, der ist richtig gut auch Der Schwarze hat einfach das Problem, dass du eine Kreatur öffnen musst Und da brauchst du richtig viele Kreaturen, wo kriegst du die Kreaturen her Ja, ich hab da wirklich Probleme gehabt, wenn es nicht wirklich Zombie-Docons oder sonst irgendwas ist Jetzt ist das echt schwer gewesen Und der hat dann wirklich wenig gemacht Der macht einfach was in dieser Kreatur mit Shacky 4 aus Da reicht schon eine Kreatur und Der Rote, der braucht ja gar nichts Der kann selber alles alleine machen Und eine andere Kreatur deiner Wahl Der war halt für 2,5,5 Trampelstand Beziehungsweise richtig cool Ja, richtig coole Karte, richtig starke Karte Und eine Foil haben wir noch Aber keine Rare Bluthorn Minutaurus als Foil Bluthorn Minutaurus als Foil Ja Nicht schlecht Eine Mütige Grae Kann mal happy sein So Wir machen weiter Das ist der Avia Windführer Blutzorn Raubball Der ist auch nicht schlecht Ab der Nygardina Wenn du unter deiner Kontrolle im Spiel kommst Verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt Und du verlierst einen Und du hältst einen Lebenspunkt Also für 2 Du hast eine schlechte Unterkunst Der Etzer Red Alles Rare Du kannst 3-Mann-Verzauberung Zu Beginn des Kampfes in deinem Zug Kannst du eine Kreatur deiner Wahlbeziehung des Zuges Plus 2, Plus 0 Und Eile Halten lassen Ja, nicht schlecht Falls du das aber machen Muss ich Sie im Beginn des nächsten 1-Segments opfern Also, naja Karte Wenn man das dann weiter liest Wieder eine Fallout Fallout Land Die sind ja Jetzt hätten ja Nicht mehr die überall drinnen Aber es gibt es heute wieder Aber ich glaube Ich weiß nicht, ob es überhaupt Foil-Versionen davon gibt Ähhh Ja Okay Wir sind bei der ersten Ankermann Diesem Booster Wir haben noch einen Booster nach diesem Booster übrig In diesem Becken Und ich will das Problem machen Auch noch nicht gezeigt Ja, da rum bringen Wieder Rote Rears Auch da viele Rote Rears Fliegendeile Wenn du angreifst Wenn du das tust Also, kannst du nur schöpfen Wenn du das fügt So und so einer Kreatur Deiner Wahl 4 Schanzpunkte zu Und dann gehen 4 Lebenspunkte dazu Also fügt der So und so einer Kreatur Deiner Wahl Die einen Gegner kontrolliert 4 Schanzpunkte zu Okay Ja Und eine Foil Wie der Foil Hyptische Schlange Nicht schlecht So Ja Schauen wir mal Letzter Booster Für dieses Breed Is Back Stark Äh Stark Herzduellentin Das ist die Ankermann Rätselhafter Skater Skater Äh Der ist auch cool Der Streitwagenlenker Trampelstetten Und andere Kreaturen halten auch Und die R Ist wegbereitende Geweihte Wenn du Spielkontäge 3 1 1 Marken Also minus 1 1 Marken Auf einer Kreatur Deiner Wahl Die du kontrollierst Entferne eine minus 1 1 Marken Von der Wegbereitenden Geweihten Erhöht ein Mana vor dem Mana Eine beliebige Farbe Also für 2 Mana einmal 3 4 Du musst halt 3 1 1 Marken Und minus 1 1 Marken Auf der Kreatur legen Wenn du das auf sie selber machst Entferne eine 1 Und so und so Kannst du den Mana nachher machen Die nächsten Züge Also ja ist nicht so schlecht Der Mana der Macher Der immer stärker wird Das ist das Rest Ja Eine Mütige haben wir drin gehabt Und wir haben noch eine Promo So So Ich schauen dass ich es nicht ziehe Und dann Dürfen wir der Weiße sein Ja Gideons eingreifen Das haben wir schon im anderen Pack gehabt Nichts so cool Keine Ahnung Vielleicht wird es gespielt Im Moment Ein bisschen schwer Im Standard eher Als im Limited Im Limited bringt es halt nicht viel Weil man nicht weiß was der Gegner hat Und der Gegner die Karten noch einmal hat So Wir schauen uns die Karten da an Wir sehen uns Was man da drinnen hat Drei Rote Rears Na 2 Rote Rears Da ist die Mütige Da ist die Mütige Da ist die Mütige Ja das ist das Highlight Und ein Land Also das war zumindest ok Also Mütige und so ein Land Das ist immer cool Und dann packen wir das jetzt weg Das ist Das zweite von diesen 4 Videos Wo ich die Backsam aufmache Und eines gibt es noch Mit dem Friere Stack Was ich gehabt habe Ja im Fakt ist der weg Und ja So schnell ist das alles wieder verschlossen Und weggepackt Und bis zum nächsten Mal Ciao